Du besitzt ein iPad und möchtest dir deinen Studentenalltag etwas erleichtern? Dann zeige ich dir jetzt meine drei liebsten iPad Accessoires, die sicher auch für dich nützlich sein können. Mit dem Apple Pencil sagst du Stopp zur Zettelwirtschaft und fertigst deine Notizen im Hörsaal problemlos auf deinem iPad an. Ist die Vorlesung mal wieder langweiliger als erwartet, dann entdecke beim Herumkürzeln doch einfach deine künstlerische Ader. Mit der druckempfindlichen Spitze zeichnest du dünne sowie dicke Linien. Und ist der Pencil mal leer? Dann lädst du ihn ganz einfach an der Seite deines iPads auf. Die Smart Keyboard Hülle schützt dein iPad nicht nur vor Stößen und Kratzern in deiner Tasche, sondern verwandelt es auch ganz einfach in einen Laptop, auf dem du problemlos tippen kannst. Mit Hilfe eines Magneten befestigst du die Hülle an der Rückseite deines iPads und legst direkt los mit dem Schreiben. Wer kennt es nicht? Man sitzt in der Bibliothek und der Sitznachbar klopft mal wieder nervös auf dem Tisch herum. Mit den AirPods Pro konzentrierst du dich dank Noise Cancelling ganz entspannt weiter auf deinen Lernstoff oder genießt auch einfach mal die Klänge deiner Musik. Das Noise Cancelling kann im Straßenverkehr natürlich auch ausgestellt werden. Sind die AirPods mal leer? In nur fünf Minuten aufladen kannst du eine komplette Stunde Musikgenuss herausholen und das komplett kabellos.